Moin, wir sind die Fischerskinder aus Friedlichskrog. Unseren Namen hat ihr uns schon genutzt, ihr uns nicht nach die Fischerei. Wir brauchen eure Unterstützung. Uns wird die Zukunft genau. Deswegen fordert wir euch auch mit uns zu kämpfen. Kommt vom 22.03. bis 24.03. nach Püsum und kämpft mit uns um die Fischerei. Wir freuen uns über eure Beteiligung. Bis zum nächsten Mal.